PUSHY! Oh Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tag, meine Freunde. Ich habe jemanden dabei, der lange Zeit abstinent gewesen, der lange Zeit verschollen galt, meine Freunde. Und jetzt jetzt zurückgekehrt, der rote Baron. Höchstpersönlich ist wieder da. Micky, die rote Legende, ist wieder mit mir am Start. Was geht, Micky? Ja, moin! Digger, lang, lang ist es her, Alter. Lang, lang ist es her. Ich kann gewesen, zwei Wochen lang. Junge, 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 junge. Leute, ihr habt mir die Kommentare zugeballert. Spiel den 50-50-Modus unbedingt mit Micky. Und ich habe gesagt, okay, Leute, ich tue euch den Gefallen. Wir machen das, Leute. Und dementsprechend werden wir jetzt hier gemeinsam dieses Ding holen. Hast du den 50-50-Modus schon gespielt? Ein paar Mal. Also nicht wirklich. Okay, 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 okay. Wir kommen von unten links. Das sind wir hier unten rechts. Ich würde sagen, wir gehen nach Salty wahrscheinlich am ehesten. Mit ein bisschen Glück finden wir da ganz guten Loot und dann hoch in die Zone, Alter. Und auf geht's. Also, da Salty-Strains echt so nah an der Grenze ist, kann ich mir vorstellen, dass wir auch Gegner haben, ne? Ja. Was auch angepasst worden ist, meine Freunde, falls ihr den Modus noch nicht kennt. Es gibt verbesserten Loot-Drop quasi. Man kriegt halt deutlich mehr aus so einem Schrank oder aus Holz oder so was oder aus einem Baum raus. Ich glaube, das hat einen bestimmten Multiplikator. Ich weiß nicht genau, wo der liegt. Und, meine Freunde, ihr seht hier oben diese Zonen. Das ist die Endzone, die nach acht Minuten quasi, oder nach sieben Minuten, glaube ich, weiß es nicht, eins von beiden, aktiviert ist. Und dann muss man da schon rüber, Leute. Und da geht es dann richtig zur Sache. Diese Zone ist die einzige Zone, die quasi existiert im ganzen Game. Das heißt, das Game verkleidert sich nicht, sondern es gibt nur diese eine Zone, meine Freunde. Und ich habe direkt einen Gegner bei mir, Micky. Ich bin über dir, Micky. Okay. Du warst auch unter mir gerade? Ja. Auch das Ding ist, wenn man genockt ist, meine Freunde, man tickt ein, ich glaube, was ist es, zehn Schaden pro Sekunde oder sowas, ne? Zehn, ja. Zehn Damage pro Sekunde, dann ist man down. Das heißt, man wird entweder instant geradzt oder das war's. Also, das war's wirklich, ne? Lass uns auf jeden Fall zusammenlaufen, weil wenn du da jetzt zum Beispiel ausgenommen bist, ich kriege dich nicht mehr. Dann ist vorbei. Wenn er zu weit weg ist, Leute, dann ist es vorbei. Dann ist over. Dann läuft ja nichts mehr, ne? Richtig Hand in Hand. Und die Zone, ihr seht es ja, Leute, sie bewegt sich noch nicht, aber sie kommt ganz langsam rangekrochen. Die kommt richtig, richtig langsam. Und irgendwann ist sie richtig zornig. Sie macht auch richtig gut Damage. Also, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Ja. Ihr habt es schon gehört, Leute. Auf geht's. Vor uns Gegner. Ich glaube, es ist ein Mate. Nein, nein, nein. Vor uns ist ein Gegner. Ich sehe ihn doch. Also, der ist... Ah, nee. Es könnte ein Mate sein, der nicht als Mate angezeigt wird. Okay. Krass. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt... Wenn die Mates ganz weit weg sind, dann sehen die aus wie Gegner, ne? Krass. Genau. Ich hab's dir gesehen. Ich brauch deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Pushen die dich? Ja. Ja, ja. Headshot. Einer Headshot. Einer Headshot. Einer Headshot. Einer läuft doch da. Ich hab den einen getroffen. Wunderschön erwischt da drin. Auch einer Headshot. Er geht nicht down. Der Astronaut hinten hat Headshot. Pass auf, am Jumphead. Oh mein Gott, ich werd von den Typen von oben gepusht, die am Jumphead steht. Einer hat noch einen Sniper-Hit. Die sind alle low. Die sind alle low, baby. Einer down. Okay, der ist knocked. Der Astronaut ist super low. Der Astronaut ist super low von mir. Direkt vor mir einer. Noch einer down. Oh mein Gott. Legende wieder am Start, Alter. Mickey wieder in seinem Element. Direkt vor mir, direkt vor mir. Oh mein Gott, Mickey direkt vor mir. Ich bin, ich bin knocked. Ich bin safe knocked. Ich bin knocked, ich bin knocked, ich bin down, ich bin down. 90, 60, 30. Ich bin tot, ich bin tot. Erfindigt mich. Holy, holy, holy. Der stirbt ja nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Ja, Leute, die erste Runde, die lief nicht ganz so prickelnd. Da ist einiges schief gelaufen, sag ich mal. Das muss man jetzt auch gar nicht näher analysieren. Spielen wir das einfach nochmal. Du willst jetzt raus? Palettenparadies, ja. Okay, Mickey, das ist so nah an den Feinden dran. Ich fürchte schon fast, dass wir hier Feindkontakt haben werden, direkt. Das ist ein Lama? Oh, das schmeckt natürlich. Wo ist das? Das ist ein Lama am Berg. Am Berg, Revy. Holst du es dir? Holst du es mir. Komm mal hier, Digga, was ich für dich habe. Nimm dir das mal alles, was da drin liegt. Boah. Oder? Boah, die Zone, ey. Mann. Ja, wir müssen uns... Aber wie viele Jumpers hast du? Zwei, ne? Ja. Ja, dann haben wir da mit der Zone schon mal keinen, Brody. Oben ist noch ein Repetiergewehr für dich, ein Jagdgewehr. Oh, Raketenwerfer, Alter. Ich packe meine Sniper beiseite. Echt? Ja. Dann wird das was. Wie viele kleine Schildes hast du? Ein. Okay, hier ist noch welche. Okay, komm mal hier, hier sind noch welche drinne. Ich deck dir die mal hoch und dann würde ich sagen, auf geht's, Brody. Auf. Du mit der Sniper, ich mit dem Raketenwerfer. Schön auf die Backen, Alter. Sonst werden wir nur gucken, dass wir nicht irgendwo Antimates haben, die uns runterschießen oder im Worst Case sogar noch Gegner. Weil wenn ich dann... Ey, was fliegt denn da? Hä? Okay, Miki, bau am besten, bau am besten, oder? Oh mein Gott, Miki, willst du es wirklich durchziehen? Miki, du bist geisteskrank. Miki, komm. Miki, was ist dein Ziel? Miki. Komm, ey, Zolle. Miki, bau das Jumphead, bau das Jumphead, schnell. Miki, Miki, Miki. Oh mein Gott, Miki. Ja. Ein Schuss, wir sind down. Oh mein Gott, Alter, dass das geklappt hat. No way. No way. Dieser Junge, Leute. Dieser Mann macht mich fertig, Alter. Okay, sollen wir den Rest laufen oder was machen wir? Oder baust du dich nochmal hoch? Alter, Schwede, der Typ hat andere in der Waffe, Leute. Schaut ihn euch an. Miki, vor uns ist ein Jumphead, guck mal. Ja, komm, lass das nehmen. Fliegen wir zu Toto hin oder in die Zone? Wir fliegen in die Zone, oder? Ja, schaffen wir nicht. Toto stirbt, der Arme, Alter. Und da vorne wird auch schon Fight sein. Und zwar nicht zu knapp. Das heißt, im Wald sind auf jeden Fall schon Kenas drin, ne? Oh ja, ja. Siehst du schon welche? Oh ja, 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 ja. Schaut euch das an, Leute. Wie beim Spezialkommando wird hier angegriffen. Hier sind viele Gegner. Nordwesten. Oh, schöner Hit. Wunderschön. Okay, Miki, ich sitz im Baum. Ich hab auch einen gehittet. Er hat Headshot von mir bekommen. Unglaublich. Okay, Miki, ich hänge hier grad in dem Baum drin, Alter. Meine Pose ist so krank. Oh, jetzt von beiden Seiten, glaub ich. Oh, schöner Headshot. Junge, ich seh, Miki, ich seh hier, ich seh keine Gegner. Ich raff's nicht. Oh, drumherum, überall. Oh mein Gott, Alter. Baby, wo? Vor mir. Vier Hits auf 240. Digga, ich hab keinen einzigen Kill, wa? Kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich hab einen genockt, immerhin. Einer noch bei mir? Ja, 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 ich seh ihn. Komm zu dir. Oh, ich hab ihn, Alter. Und ich hab mich selber dabei genockt. Erster Wind in der Tasche, meine Freunde. Aber das muss auf jeden Fall mehr sein, Miki. Da muss auf jeden Fall noch mehr gehen. Ich war gerade dermaßen verwirrt, Alter. Die ganzen Bäume, das war... Miki, es war zu viel. Es war zu viel für mich, Alter. Hier, zur Fabrik. Ja, kann man auch machen. Mir ist egal. Ist so ähnlich. Aber können wir versuchen. Da liegt was Goldenes, das hol ich mir. Das ist gar. Darf ich die haben? Nein. Miki, warum tust du mir das an? Ich hab noch einen großen Schilddrang für dich, Schätzelein. Ja, gerne. Und ein kleiner liegt hier auch noch. Komm mal her. Aber im Austausch kriegt er sicherlich die Scar zurück, oder? Das war wohl ein Nein. Okay. Ist gelaufen, Alter. Hast du nicht so geile Sachen? Ich hab drei Schrotflinten und eine graue AR. Also, das ist echt schmerzhaft, du. Ich hab eben eine Goldene Scar gesehen. Aber irgendwer hat die einfach genommen. Ich weiß nicht. Die ist weg. Keine Ahnung. Bei Dusty. Da hat er sich gebaut. Und hinter uns, Revi, glaube ich. Vor uns bei den Containern, ne? Oh Gott, ich werde beschossen. Bei Headshots. Direkt vor mir hier, Miki, ne? Direkt vor uns. Miki, direkt vor mir. Ja, der ist super low. Den kannst du holen. Wo ist denn der? Der hat zwei Headshots und Normalhit. Der ist richtig low. Down. Hat einen Headshot bekommen. Komm schon, gib mir, gib mir. Ja, ich hab den anderen auch. Wunderschön. Ja, ja, ja. Er hatte, er hatte nichts. Er hatte nichts. Ah, ein Gegner da bei ihm. Nee. Was? Da ist meine Goldene Sniper. Da war meine Goldene Sniper. Der Loot ist real. Jumphead. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dam, dam, dam. L-A-G-G-R, das ist das Lagerfeuerlied. Und dann singt er es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Es geht los, Miki. Wir nähern uns dem Feind. Wir nähern uns dem Feind, Alter. Komm. 24 gegen 32, Rewi. Das wird hart, Alter. Das wird hart und eklig, du. Oh, sind die viele. Echt jetzt? Oli. Ich hab erstmal unser Maid in den Kopf geschossen. Oh, wunderschöner Headshot. Einer knockt. Wir werden gepusht. Ja. Über uns. Der Typ ist super low. Happy. I am only bro. Hey, bro. John Wick down. Ich bin auch fast down. Ich muss mich auf jeden Fall dringend verpissen. Also, hier sind noch einige. Ja, ich weiß. Ich hab zwei von denen. Ich hab zwei genockt. Ich weiß nicht, ob die die hochziehen. Ich hab nur 50 HP noch, Alter. Okay, einer genockt auf offenen Feld. Na, komm. Der verreckt aber. Ey, von hinten jetzt auch aufpassen. Oh, Miki, die überrennen uns, ne? Ja. Die sind doppelt so stark. Ich forse Snipermonie auch gleich. Ich hab her. Komm her. Oh Gott. Close, close, close. Ja, 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 ja. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das ist ein knappes Battle, aber wir können es noch holen. Wir können es noch holen. Ich ziehe mich ganz, ganz hoch, Miki. Unter uns. Wie viele? Wo? Ja, die rushen hier alle hoch. Alter Schwede. Okay, 13, 13, Miki. Das können wir doch holen, das Ding. Das können wir doch holen. Äh, ich hab kein Schild mehr. Oh mein Gott, warum war das kein Headshot? Wie war das kein Headshot, bitte? Erklär mir, wie war das kein Headshot? Ich sag's dir hier und jetzt, Miki. Wir gewinnen das Ding. Ich geh jetzt voll ins Rauf, Miki. Komm mit mir. Wo sind die... Oh, okay. Einer genockt? Oh, Goldenska. Heidewitzka, der Kapitän. Okay, sehr schön. Miki, da ist nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel übrig von denen. Wo schießt der eine? Wo schießt der eine? Wo schießt der eine? Wo schießt der? Wo schießt der? Komm, Miki, den holen wir uns. Wir krallen uns. Wir krallen uns den. Auf geht's. Schönen Fallschaden mitnehmen, ganz wichtig. Da, im Busch. Noch einer genockt? Ist auch down? Ich glaube, es ist noch einer. Miki. Junge, das war's. Das war's, Alter. Wir holen das Ding. Okay, mich snipet einer noch von gegenüber. Ah, ja. Ich seh ihn. Hab einen knocked. Okay, das war der letzte. Das war der vorletzte. Komm schon. Wo ist der letzte, Alter? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Miki, wo versteckt er sich, der Ehrenlose? Ah, wo ist der denn jetzt? Wo ist der hin, Alter? Wo versteckt er sich? Die kleine Ratte. Die kleine Ratte. Miki mit elf Kills hier am Start, Digga. Wahnsinnige Runde, Mann. Wahnsinnig. Aber der Modus macht doch einfach so goddamn Spaß, Alter. Boah, wie willst du den denn da finden, wenn alles zugebaut ist? Ja, den findest du nicht. Da ist er, Alter. Leute, zwei starke Runden in Miki gespielt. Das war's vom 50-50-Modus. Schaut definitiv bei Miki vorbei. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschau.